Ernsthafte Gespräche mit dem Ernst Field und seinen Gästen. Herzlich Willkommen zu der Folge von Ernsthafte Gespräche. Mein heute Gast ist Lara. Hallo. Lara, was machst du so? Hey, was mache ich so? Also momentan habe ich ein Praktikum bei Doreschnufe. Das ist eine Plattform zur psychischen Gesundheit während Corona. Das Gute wäre einfach darum, dass man darüber anfängt zu sprechen, dass Corona auch eine psychische Seite hat. Dass man so ein paar Angebote von der ganzen Schweiz zusammen sammeln und halt erhaltlich und zugänglich machen für die Öffentlichkeit. Das mache ich. Ich fange jetzt im September an zu studieren. Also ich fange mein Psychologiestudium an. Und sonst gebe ich Schwimmkurs. Schwimmkurs? Mhm. Okay. Für kleine Kinder und Erwachsene. Endlich wieder für Erwachsene. Und sonst, keine Ahnung. Das ist echt so, was ich mache. Was machst du? Ja. Bei Doreschnufe, das haben vielleicht ein paar von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen auf meiner Instagram-Seite gesehen. Ich habe ein kleines Shoutout gemacht, das bin ich dann selber mitgehalten. An einem Projekt. Eben, was ist so deine Rolle gewesen? Was hast du gemacht? Also in einem Projekt spezifisch oder auch generell bei Doreschnufe? Beides. Okay, also generell bei Doreschnufe bin ich eigentlich einfach so dazu geholt worden, weil die Ronja und Annette, die wir das im März 2020 aufbeigestellt haben, haben halt so kleine Brücke stehen zwischen ganz blöd gesagt jung und alt. Weil sie halt auch gesagt haben, dass vor allem junge Leute auch recht stark unter diesen Massnahmen einfach generell die Situation leiden. Und sie haben halt eben so jemanden ins Boot holen, was so halt blöd gesagt von dieser Fähregruppe ist, so ein bisschen zu sagen, hey, so ein bisschen Insider-Informationen, so ein bisschen, wie geht es uns, wie geht es euch? Und dann hat sich das halt so entwickelt und ich fülle die Social-Media-Plattform, also die Instagram-Seite, mit Content und habe dann durch das ein Projekt gestartet, das eben du mitgemacht hast. Und dort ist es eben einfach darum gegangen, dass wir generell so mentale Gesundheit, psychische Gesundheit, auch das ganze Thema, es ist ein Riesenthema, wo, jetzt ist es besser geworden, aber leider immer noch recht ein Stigma an sich trägt, wo so nicht die gleiche, sage ich jetzt mal, Stellung hat wie physische Probleme, sagen wir mal, du hast die Beine gebrochen, dann gehst du auch zum Arzt, aber wenn es so mal nicht so gut geht, dann sagst du ja, ja, egal. Ja, voll. Aber grundsätzlich sollte man das eigentlich gleich anverstellen und einfach so den Dialog fördern vor allem und dann habe ich das Projekt angefangen, weil ich eben einfach junge Leute, junge, erwachsene, junge Jugendliche interviewt habe zu gewissen Themen, eben halt so, was sie für, also was sie für eine Beziehung haben zu dem Thema, habe Leute gesagt, was ihre Meinung ist zu dem Thema, wie sie finden, es eben mit dem Thema umgehen, eigene Erfahrungen, vor allem Thema Therapie, so den Schritt wagen, sich Hilfe zu holen, wieso es wichtig ist, sich Hilfe zu holen, dass man sich nicht so schämen und so weiter und so fort. Wie bist du an die Leute gekommen, mit denen du das gemacht hast, an mich zum Beispiel? Ich habe, du bist ja glaube ich vom Gruppenjet gewesen, gell? Ja. Ja, also ich hatte noch so zwei, drei Kollegen, also die Nuria, sie ist in meinem vorherigen Projekt schon dabei gewesen und dann habe ich ihr einfach davon erzählt, was ich jetzt gemacht habe und dann hat sie einfach Leute in den Gruppenjet gemacht und dann haben die Leute in den Gruppenjet gemacht. Ja, dann irgendwann bin ich ja dann, genau. Und dann habe ich mir auch einfach dann gesehen, gell? Ja, so, wo bin ich jetzt, wo landet? Nein, aber ich glaube so, für das ist halt auch soziale Medien oder so mega, mega einfach, weil so kommst du mega easy an Leute an, oder auch so halt Leute auch direkt auf angesprochen in meinem Freundeskreis, so, hey, hast du Bock? Also, nein, oder, ja voll. Und so, ja. Was hat man denn jetzt, also die Folge kommt in drei Wochen raus, das heisst, was wird man bis dann so gesehen haben vor dem Projekt? Bis dann wird das ganze Projekt veröffentlicht. Okay. Ja. Ja, muss ich sagen, aber es hat so ein bisschen eine Schwierigkeit gehabt, weil ich persönlich, also ich habe keine Ahnung von der Technik und dem ganzen Zeitpunkt, wieder ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden, habe die Videos in den Namen geschnitten und so und keine Ahnung, habe ich schon ein bisschen mehr Aufwand gesehen, als ich mir selber auch gedacht habe, weil ich halt von A bis Z alles musste machen, aber jetzt eben, es greift halt die Themen auf, eigentlich so vom Weg zu, wie habe ich mir Hilfe geholt, wieso habe ich mir Hilfe geholt, was hat es mir gebracht, dass ich mir Hilfe geholt habe, also was sind meine Erfahrungen, meine Bilanzen, die ich gerade ziehe aus der Therapie, am Schluss kommen wir über die Statements, so was eher oder generell auch was wichtig ist, sodass Leute das auch wissen. Dann eben so ein paar Tipps und Tricks, was man vielleicht im Umfeld kann machen, generell so einfach, was einem wichtig ist, zu diesem Thema noch zu sagen und eben, also bis in drei Wochen werden alle, alle Formate so hochgekommen, aber eben, ich hatte eigentlich halt ein bisschen anders geplant, ja, und dann ist das, ich weiss nicht, wieso, aber Instagram hat, wenn du ein Business-Account hast, kannst du keine Reels posten, ja, und ich habe das halt zugeschnitten, auf Reels-Format, ja, und dann habe ich gesagt, geht's nicht, und ich so, ja, ja, habe ich alles probiert, ich habe alles probiert, ja, und dann habe ich kurz ein bisschen Krise gehabt, weil ich dachte, hey, ich habe halt alles extra auf das zugeschnitten und so formatiert und so halt geschnitten, ja, schrecklich, und dann ist es nicht gegangen, aber jetzt haben wir es mit den Stories können handeln, das ist halt jetzt nicht so ganz da, so jetzt haben wir halt Highlights. Und werde dann doof bleiben, ja, voll. Ja, ja, ich habe halt auch so einen Highlight-Button gemacht. Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, muss gut, ja, ich habe jetzt einen neuen Button. Crazy. Ja, einfach das so, auch mit den Videos und einfach generell auch so Gespräche zu, dass wir das nicht schauen und halt vielleicht genau so ein Problem haben oder sich nicht ernst noch fühlen, oder irgendwie das Gefühl haben eben, sie haben nicht so einen Platz in der Gesellschaft, wo sie und ihre Probleme wirklich die Anerkennung beziehungsweise die Sicht so bekömmen oder einfach so die Aufmerksamkeit auch, dass sie trotzdem wissen, okay, es gibt Leute, die denken so. Ja, 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 genau. Und das finde ich mega wichtig, dass man auch eben offen darüber redet, dass man offen mit seinen Freunden rein, das hast du mega schön gesagt. Ach, danke schön. Ja, dass man echt auch nachfragt, weil so, ich bin auch so ein Mensch gewesen, ich habe nie gesagt, mir geht es schlecht. Ja, ja. Wirklich so, no cap, ich bin immer nie gesagt, nein, nein, mir geht es gut. Alles easy, ich bin nur mehr müde. Alles gut, ich bin einfach müde, ja, ich habe jetzt Kaffee. Und ich habe auch selber gemerkt, das ist nicht gut. Ja, böse. Gerade kurz wirklich, also das ist so, das ist nicht the way to go. Und da haben wir so eine Nachfrage, einfach auch über das Thema sprechen, weil auch Corona ist eine mega heikle Sache im Moment. Also ich habe ein Wort kennengelernt, einen Blogbeitrag geschrieben, Languishing. Okay. Okay. Ja. Languishing ist so das neglected middle child between depression and euphoria. Also, wenn du jetzt so den Strahlen anlösst, wird gesagt, das ist Depression, wo hat auch eine eigene Skala zwischen schwere Depression und gleich die Verstimmung und so weiter und so fort. Und hat totale Euphorie und einfach gute Laune. Aber so der ganze Teil in der Mitte, da stecken momentan, sage ich ehrlich, ich glaube 80 Prozent oder einfach, ich kann jetzt gar nicht sagen, aber ganz viele Menschen drin fest. Das ist so ein Mattheitsgefühl, so eine, man macht Sachen, aber man braucht mega viel Motivation und mega viel Energie für das. Und man hat schon Bock auf Sachen, aber irgendwie ist es auch so, und so oft fragt, hey, wie geht es dir? Ja, gut, man kann es besser gehen, man weiß, das ist nicht scheiße, aber, darf ich scheiße sagen? Ja, 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 ja. Man geht es jetzt nicht schlecht, aber man geht es auch nicht gut, man könnte es besser gehen, man könnte es aber auch schlechter gehen. Und das ist eben so genau das, so, sage ich meinen Kollegen, du bist einfach am Languishing gerade. Das ist crazy. Es ist okay, dass du am Languishing bist, weil Corona nimmt uns alle mit. Das haben wir, ja, das, damn, das hittet, ja, voll. Gell? Ja, das ist schnall. Also, mir hat es mir geholfen, meinen Gefühlszustand ein bisschen zu kategorisieren. Fair. Weil ich habe keine Depression, aber ich bin echt nicht euphorisch. Also, ich bin einfach am Languishing. So, ich bin einfach am Languishing, so. Crazy. Das finde ich, finde ich, weil, du studierst Psychologie im September. Also, ich habe angefangen, ich habe gerade wieder angefangen. Also, wenn du, wenn du die Folge Sekunde Psychologie studieren. Nein, guckst du es? Nein, 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 never mind. Nein, das ist das lange nicht ganz. Ah. Damn. Okay, auf jeden Fall. Egal. Angehend Psychologie-Studien. Perfekt. Ist das etwas, also, wenn du studierst, dass du jetzt noch ein Projekt schaffst, so, sehe ich, was willst du machen? Später. Ja. Also, ich bin 20 und habe eigentlich schon so ein bisschen Lebensplan, muss ich sagen. Mhm. Aber ich bin schon offen, wenn etwas nicht klappt, dann klappt es nicht. Fair. Was ich cool finde, ist irgendwie so, halt studieren und dann nämlich auf Kinder- und Jugendpsychologie spezialisieren, weil mein Motto einfach ist, wenn du Kinder aufhörst, abfucken, haben wir eine bessere Welt. Damn. Fair. Weil, keine Ahnung, so in der Schule fuhlt das schon an, dass wir Kinder, die nicht gut in Mathe oder Deutsch sind, dass man denen sagt, ihr werdet es zu nichts bringen. Wir stecken sie ins A, in die Kleinklasse. Also, man sagt denen, die sind das Schlechteste vom ganzen Schulhaus, ihr werdet vielleicht mal Kassierer oder Abfallmänner oder so. Ja, fair. Das ist letztendlich halt einfach so. Und die pädagogische Kompetenz von Lehrpersonen kann ich nicht in Frage stellen, aber ich sage einfach, dass es schwer ist, Aufgaben zu haben, vom Wissen zu übermitteln und gleichzeitig noch die perfekte pädagogische Fachperson sein. Ja. Das sind einfach zwei mega grosse Aufgaben, die eine Person schwer kann gut hält. Es gibt perfekte Lehrer, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe genug Lehrer gehabt. Und ich muss mir denken, ich hätte nicht so einen Lehrer werden. Sorry, echt nicht. Ja, fair. Ich glaube, das kennen wir alle. Das kennt jeder so einen Lehrer, wo man so denkt, wie hast du das geschafft? Und ich denke einfach, wenn man anfängt, die Stärken der Kinder zu fördern und nicht immer mit dem Finger auf die Schwäche zeigen und sagen, hey, nur weil du es akademisch blöd gesagt hast und begabt bist, bist du für nichts wert? Ja. Ja. Dass man die Wertvorstellungen auch von anderen und halt eben, was er vorher gesagt hat, kein Kind kommt als aggressives Schlägerkind aufs Wald zu. Ja, ja, das stimmt. Das heißt meistens eben, wie in den Heimen Konflikten gelöst werden, wenn die mit Gewalt gelöst werden, lernt das Kind, das ist the way to go. Und ich glaube einfach so, dass wenn man eben, also ich würde eben gerne in die Schule gehen und dort halt so ein Projekt startet, das in jeder Klasse oder halt einfach eine Person, zwei, drei Klassen hat, wo sie die pädagogische, psychologische Rolle übernimmt. Ja. Dass der Lehrer, dass dann auch ein bisschen so Druck und so für die Schulunterrichtung wird, dass auch einfach der Wissensüberbringer sein kann, klar, auf eine pädagogische Art und Weise, was sinnvoll und lehrend ist. Aber, dass wenn jetzt ein Kind negativ auffällt, dass es eine Person gibt, wo sich um das kann kümmern, dass man herausfinden kann, hey, wieso reagiert das Kind auf so Situationen so und so, wieso ist es aggressiv, wieso ist es hebelig, wieso ist es gestresst so und das würde ich gerne machen. Sehr spannend. Ja, aber halt eben zur Kinder-Jugend-Psychologie, weil wenn die jünger mehr ist, desto näher ist man auch an den Kindern dran. Ja, ja. Weil, also eben noch fronten alle Älteren und so, aber die können halt schon nicht ganz verstehen, wie es uns geht. Ja, ja. Und wir nicht können nachvollziehen, wie es ihnen gegangen ist, wie um die Großeltern. Weißt du, je größer dir der Altersunterschied wird, wenn es ist immer eine Zeit, wo du drin lebst, eben mit den Sachen, die dich beeinflussen und das können wir nicht nachvollziehen. Fix. Was? Keine Fronten, ältere Generationen, aber je näher du halt dran bist, desto einfacher ist es. Das möchte ich machen und dann halt so lügen, dass das vielleicht mehr wie funktioniert, dass wir das so ein bisschen etablieren und dann später möchte ich dozieren, gern, halt andere Uni oder so. Spannend, ja. Jetzt forschen. Voll, cool. Ja, aber wenn Kinder nirgendwo Psychologie will, wirklich, wenn wir aufhören, Kinder abfucken im Kindesalter, dann fucken wir die Welt an. Das stimmt, du kannst früher viel falsch machen, weil genau, man solltet es früher viel gut machen. Ja. Ja, voll, nein, das macht mega Sinn. Und wenn Kinder später keinen Psychologen brauchen, wenn sie einfach nicht abgefahren sind, dann hilft das auch schon mal, weißt du. Ja. Weißt du, wie das mit, also es gibt ja immer schulpsychologische Dienste, oder? Mhm. An der Schule. Ich habe noch nie mit irgendeiner Bumfam schulpsychologische Dienst zugekommen. Gibt es nicht, also sollte das nicht eigentlich schon so etabliert sein, dass man, wenn ein Beruf halt dann dort angeht? Also ich weiss nicht, wie lange gesagt hast du. Ja, aber halt, also in der Primarschule, weiss ich, also wo ich in die Primarschule gegangen bin, hat es das nicht gegeben. Ja, okay, ich weiss es. Wir hatten dort Peace Force, das war so ein schlichtiges Ding, aber wir haben nicht irgendwie, also wir haben Kinderchecken auch gegangen, also wir haben in den Primarschulalterchecken und da finde ich, kann Schule dann sagen, ja, gönnt, weil du musst die Kinder dann ausnehmen und mit denen reden. Ja, ja. Also eben, sie haben einfach halt das Angebot müssen aufsteigen und ja, das ist so, aber ich sage halt einfach, dass so Schulpsychologen, wenn du das so dort ankommen musst, ich meine, Leute sehen dich. Ja, ich hätte nicht, ich hätte nicht nie, ich war nicht zum Schulpsychologen, aber nie. Never, never, also wirklich, never, niemals. Ja. Und auch keine Ahnung, einfach auch so, sag ich ehrlich, Art und Wischi, das bei uns auch vorgestellt worden ist. Hey, die Frau ist ins, also wir im Gymi, ist die Frau ins Klassenzimmer gekommen und hat gesagt, hallo zusammen, also ihr Vater, ähm, bin heute für euch da und wenn ihr möchtet schwätzen, könnt ihr zum Meer kommen und dann dachte ich mir so, hey, das sind, erwachsene, also junge, erwachsene Leute, musst du mit denen nicht schwätzen lernen, mit Kindern. Ja, mega. Und das ist einfach etwas so, was mega wichtig ist, finde ich, dass man auch so ein bisschen, weil es halt die Generationenunterschied gibt, dass man jetzt so ein bisschen checkt, wenn man in diesem Feld schafft, wie man am besten mit solchen Leuten umgeht, weil ich möchte nicht so, also, hallo zusammen, und so, ciao. Ja, klar. Nein. Ja, das ist schwierig. Das ist einfach wichtig, dass man eben auch bei Kindern nur fragt, hey, wie kann man euch am besten helfen? Ja, mega. Und eben, dass man, das möchte ich halt so ein bisschen machen. Das finde ich sehr, sehr cool, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich finde auch, wenn es so klappt, wäre das auch cool. Ja, voll. Ja, gut. Und das ist, also die ernstlich denn Dozentin an der Uni oder so, Recherche. Ja, weil ich dann so ein bisschen alt bin. Wenn du das nicht machen kannst, weil du zu alt bist und nicht mit der Uni. Ja, weil ich zu weit weg bin. Aber trotzdem, ich möchte halt wie so schaffen, dass ich grundlegende Grundsätze herausfinden kann, die dann auf jede Generation übertragen werden können. Einfach, dass wir den Dialog zwischen Jung und Alt fördern. Ja. Weil das ist ja generell so, ist jetzt klar, ganz anderes Thema Politik auch. So viele junge Leute, also da schließe ich mich jetzt ein, sind mega politisch interessiert und würden gerne an mich so ein bisschen Sample dazu geben. Klar, man kann in Politik gehen, aber so wie unsere Politik halt einfach aufgebaut ist, man hat keinen wirklichen Dialog zwischen Jung und Alt. Ich meine so, also es gibt Jungparteien, klar, aber ich finde einfach so grundsätzlich so der Tenor von der breiten Jugendmasse, dann wird kein Gehör geschenkt so. Und wenn, dann sind es halt nur Junge, ich habe ja keine Ahnung. Ja, fair. Ja, und das ist immer so, dass so, wenn man den Dialog zwischen Jung und Alt fördern kann, kann man voneinander lernen. Das ist sehr wahr. Und man muss ja irgendwie einen Weg finden, zusammen einen Weg finden. Und einen Weg finden funktioniert nicht, wenn irgendjemand von oben sagt, wir machen das jetzt so, weil ich auch keine Ahnung. Fair. Und da möchte ich irgendwann, wenn ich dann immer so ein bisschen älter werde und so ein bisschen geschafft habe und so ein bisschen Erkenntnis gesammelt habe, irgendwie so grundsätzlich schaffen, dass man eben vor allem den Dialog fördert, dass es einen Dialog gibt zwischen Jung und Alt und dass man so Generationenkonflikte gar nicht mehr muss haben, weil der Dialog so gut ist, dass man einfach Verständnis und Akzeptanz für beide Seiten hat. Crazy. Ja, voll. Ja, voll cool. Ja, voll. Ja, voll. Du musst A studieren jetzt, freust du dich auf. Mega. Mega, ja. Mega, ja. Also ich habe ja letztes Jahr schon angefangen. Ja. Und dann Corona-bedingt, du musst aufhören, jetzt wieder angefangen. Wir haben zwei Vorlesungen Präsenz. Mhm. Ja, hey, nein, also online ist echt, also gar keine Worte. Ja. Mega, sehr fair. Ich freue mich jetzt mega, weil ich weiß, das ist wirklich das Gebiet, wo ich möchte. Ja, also das ist mein Herzgebiet, so und darum freue ich mich mega fest jetzt. Ja, schön. Auch Studie leben, weißt du? Ja. Einfach mal so ein bisschen was anderes erzählen. Ja, das ist, das würde ich so nach, also ich freue mich, ich fange jetzt auch an studieren. Sozialwissenschaften und Schauwählen. Oh, das ist aber auch toll. In Basel? Nein, in Bern. Ja. Pendlich? Ja, voll. Wahrscheinlich. Aber wir sind ja alles so. Mal würde, gell? Ja, also wenn es dann, wenn es mega cool ist, dann bleibe ich, weißt du, dann werde ich mir auch nicht sehen und wenn es mega scheisse ist, dann gehe ich halt weg und studiere nicht mehr da, dann muss ich auch nicht pendeln. Ja, aber ich verstand es voll mit dem Studium. Also ich bin so glücklich, es ist spannend, ich habe im August mit der Schule, nein, im Juli mit der Schule fertig geworden und es ist wirklich die letzten paar Wochen so viel angenommen, weil du nicht mehr so viel machen musst, was du nicht machen willst. Ja, weil die Schule ist so. Ja, es ist einfach anstrengend. Ja, es ist einfach anstrengend. Ja, es ist so. Nein, aber ich bin vor allem verhandeln, weißt du, nachdem du 13 Jahre in der Schule warst, musst du aber immer etwas anderes haben und das finde ich, aber dann gehst du in die Uni und dann hast du wieder Schule. Ja, aber ich finde, Uni ist so anders, weil erstens in der Schule lernst du, also sorry, ich habe Mathe und so Physik. Ja. Also es ist spannend, so weißt du, aber ist nicht meinst. Ja, voll. Weißt du, oder Geo, spannend. Aber nicht meinst. Nicht meinst. Ja, ja, voll. Du bist in einem Gebiet drin. Klar gibt es Sachen, wo du mehr oder weniger interessant findest, aber grundsätzlich bist du in dem Bolle drin, wo dich interessiert. Ja. Und nicht mehr in, bist du nicht mehr in den Böllen, wo du immer so rumswitzelst, sondern bist in einem Bolle drin. Ja, das war, ich freue mich sehr drauf, keine Biologie mehr machen zu haben. Das ist so schrecklich. Ja, voll. Gut. Bist du, du hast jetzt noch geschafft und so und musst jetzt auch studieren. Also ich darf nicht mehr. Ja, stimmt, Entschuldigung. Schon gut, aber. Du schaffst noch, machst du das gleichzeitig dann? Also du schaffst weiter. Ja. Bist du gut in dem, dich zu motivieren und weiter zu, also so weiter ist? Wieder. Ja? Also ich habe halt, Corona hat mich mitgenommen, mir ist es nicht gut gegangen, bin ich ehrlich. So letzten Winter, meine Zeiten sind. Ja. Also ich habe dort eben Studium ab, also ich habe im Corona-Jahr aber sicher keine Aufschlussprüfungen gehabt. Ja. Ab März keine Schule, immer Drama hin und her und so. Ja. Und dann haben wir keine Aufschlussprüfungen gehabt, ich habe so, yay. Und dann gerade so, oh nein, weil keine Windel uns ernst. Sehr ehrlich. Sehr fair, sehr fair. Oh, ich habe immer keine Aufschlussprüfungen gehabt. Da war ich so. Ja. Ja, du hast dann vier Jahre in die Schule gegangen, weißt du. Ja. Aber fair, ich verstand alles, aber ja. Und dann auch keine Sommerferien groß gehabt, weil ich auch vielleicht reisen wollte. Mit stattgefunden. Schwierig. Aha. Und dann haben wir mit dem Studium angefangen und es ist alles online gesehen und ich bin so wirklich zu Hause geguckt, alleine. Und ich so, erstens fällt mir die Decke über den Kopf, ich kann nichts machen. Ich habe keinen Kontakt zu irgendwelchen Mitstudenten. Das ist schrecklich, ja. Das ist schrecklich, ja. Das ist ein fettiger Cringe, wenn du so in Breakout-Booms kommst, so zu fünften. Und du bist so. Hi. Hi. Hallo. Ich bin auch nicht so ein introvertierter Mensch, aber. Es schatzt dann. Es schatzt dann. Einfach unabhängig. Ja, klar. Ja, ja. Und dann, wir haben wegen Corona, haben wir einfach ein bisschen Aufhören, dann. Und dann hat sich mega arg gesagt, gar nichts zu tun gehabt. Ich bin arbeitslos, hobbylos. Und einfach so motivationslos. Ich bin alles in einem. Viel zu viel, nichts gemacht. Und dann zum Glück habe ich das Praktikum dann bekommen. Und jetzt? Ende Februar. Ja. Im Beton-Schnufeherber, das hat mich wirklich bezikretet. Weil, so, ich habe keine Stimulation gehabt für mein Hirn. Und klar, hey, so, ich hätte keine Hobbys, aber ich habe auch angegriffen, so Puzzle und so, weißt du, oder Bananenbrot backen, weißt du, so den ganzen. Der ganze Klischee-Scheiß, ja voll. Und dann, so, ich habe auch höchelt und gestrickt. Oh, aber das ist cool. Ja, aber es ist nicht so minst gesehen. Ja. Krass. Früher noch können. Ja, ja. Im Primaren. Es hat mega Spaß gemacht, aber dann jedenfalls auch nicht. Ja, cool. Ich habe auch probiert, auch Nähe und dann so ein bisschen Zeichnen. Und ich habe alles so einen Tag cool gefunden und merkte, das ist einfach nicht das, was ich muss machen. Und dann habe ich auch keine Motivation. Ja, fair, fair, fair. Und dann habe ich einfach das gefunden, was ich machen muss. Und seitdem habe ich Motivation. Das ist doch gut. Ja, voll. Also, und ich nehme an, die, also jetzt ohne dir irgendwas unterzustellen, die nie Motivation ist, weil du das Ziel hast vor Augen, der klarere Dinge zu erreichen willst. Weil ich wieder ein Ziel habe, weil ich wieder, also ich glaube, das ist etwas, was Corona mega viel nicht genommen hat. Ziel und Perspektive. Ja, ja. Und ich gebe vor allem mein, gell? Ja. Gerade so. Ja, da war ich. Ein Zielpunkt. Nein, wirklich, ich glaube, das checkt man anfangs gar nicht. Auch was einem alles gefällt hat, bis man es jetzt wieder gehabt hat. Oh ja. Muss ich ehrlich sagen, ich habe, irgendwann bin ich einfach in dem, in dem, in dem, in dem drin sehe, so in dem Plopp von nichts. Im Länge. Und ich habe, du, ja, aber das ist, nein, schon, also tief unter. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ja. Ähm, aber wirklich so, einfach der Fakt, dass es nichts gab in meinem Leben, wo ich, ich habe nicht mal gut sein können, also ich bin gut gesehen, nichts machen. Okay, aber das ist halt nicht wirklich so. Das will ich auch nicht wirklich hervorheben. Da bin ich dann so, ja, was hast du gemacht? Nichts. Was hast du gestern gemacht? Nichts. Was machst du morgen? Nichts. Ja. Nächste Woche? Nichts. Ja, das ist. Und du hast nicht mal irgendwie rausgehen können. Auch Social Distancing ist so, es ist mega grusig gewesen. Das ist, ja. Es ist einfach meine Zeiten gewesen. Ja, fair, fair, fair. Und ich glaube, Leute checken gar nicht so, wie stark, also klar, ich sage auch, es gibt stärkere und anfällige, ich sage nicht schwächer, sondern stärkere und auch so wenig oder mehr anfälligere psychische Stabilitäten. Das ist sehr schön gesagt, ja. Sage ich jetzt mal, und nicht jeder nimmt das gleich mit, aber es hat jeder mitgenommen. Ja, fair. Aber wenn man es unterdrückt oder nicht ganz merkt, du kannst mir nicht sagen, dass es dir immer gut gegangen ist. Und gerade in dieser Zeit ist es sehr viele Leute nicht gut gegangen. Nein. Ich habe gemerkt, so Spannungen in Freundeskreisen und so sind schon rumgegangen. Ja, das ist wahr. Alle haben so mit sich selber nicht so im Reinen gesehen mit sich selber. Ja, voll. Das muss ich sagen, dass wir Schule gehabt haben, ist so eine Säge. Also natürlich, ich habe jeden Tag Leute gesehen, auch wenn ich vielleicht die nicht auch wollen sehe, aber ich kann sie sehen. Und du bist da gezwungen, diese soziale Interaktionen zu machen, was sich irgendwo stimuliert hat, indem du weitergekommen. Aber wenn es jetzt eben teilweise nicht einfach ist, dass du jetzt rar geschissen und was auch immer. Aber jetzt merke ich so, ich habe keine Schule mehr. Ich muss mich selber darum kümmern, Leute zu treffen. Ich muss mich selber darum kümmern, irgendwas zu tun zu haben, bis mein Studium anfährt. Und es ist schwierig. Also für mich ist es jetzt gut, aber ich habe das in einer Zeit gesehen, wo du nicht einfach hast, keine Leute zu treffen. Also da bin ich froh, dass ich das jetzt habe und nicht vor einem Jahr. Das muss ich auch noch so viel sagen. Ja, ich habe eineinhalb Jahre fast nichts gemacht. Also nicht eineinhalb Jahre, aber ich habe ein halbes Jahr und dann nochmal drei Monate. Und jetzt habe ich andere können schaffen. Weil wirklich, also ich brauche also, mein Hirn muss mit dem Arsch nehmen. Ja, ja, klar. Irgendwann, blöd ist das Gefühl. Ja, ja, ist so. Wenn mein Hirn nichts mehr macht, du hast so Netflix-Lüge den ganzen Tag. Dann kannst du auch nicht mehr Netflix schauen, sondern bist einfach nur bei deinem Ding zu tun. Ja, du bist einfach so. Ja, voll. Aber was ich sagen muss, und das ist, da bin ich mega dankbar. Das ist echt so, was mir Corona mega geholfen hat. Ich habe halt so viel Zeit bei mir selber verbracht. Ja. Dass ich mega viel über mich selber gelernt habe. Ja. Und dass ich mega so in mein Ziel verinnern konnte. Ja. Und ich halt nie sehen. Und bin halt eben konfrontiert worden mit Sachen, wo ich mir so denke, okay. Ja, ich glaube. Ja, hat jetzt nicht gerade alles auf einmal müssen sein. Sehr fair. Aber ich sage einfach, das wünsche ich jedem Menschen, dass auch wirklich manchmal so ein bisschen mehr in sich reingeht und wirkt, okay, wie sieht es in mir aus. So ein bisschen sein Verhalten, sein Denken, Reflektieren. Und das hat mir bei Corona mega geholfen, weil es hat alles entschleunigt. Ich kann mich nicht richtig zusammenstellen, ob ich gerne in den Ausgang gehen kann, aber ich kann nicht in den Ausgang gehen, also kann ich auch nicht in den Ausgang gehen. Ja, voll. Und das Four More Fear of Missing Out, das ist ein mega grosses Ding bei jungen Leuten. Und das ist halt immer so, aber ich glaube mittlerweile auch, es gibt immer wieder Partys, aber ich bin so, hey, ich falle alleine daheim zu chillen, ist irgendwie gar nichts. Ja, sehr fair. Ja, sehr fair. Und das hat mir mega geholfen, einfach so in meiner persönlichen Entwicklung, wie der Vorratsschritt der Sohn. Ja, voll. Ja, ich glaube, ich kann zu dem relateen, ich weiss nicht, ob das daran liegt an Corona oder dass du seit einem Jahr in Therapie wirst. Vielleicht beides. Nein, voll, aber ich habe das auch letztens gelesen, dass man so, das Fear of Missing Out musst du in eine Joy of Missing Out verwandeln. Ja. Weil es dir, eben, weil du kannst zwar an dir selber arbeiten und so, dann bist du nachher ein besserer Mensch und kannst noch mehr enjoyen. Und du kannst noch umso mehr enjoyen, wenn du jetzt mal, wenn es nicht schlimm ist, wenn du mal nicht dabei bist. Ja. Und anders ist es eben, wenn du andere Leute etwas machen und du denkst, scheisse, die machen etwas ohne mich. Also ich habe das Gefühl, ich mache jetzt irgendetwas, was mir gefällt. Weil ja, wenn ich dort an einer Party bin, wo ich nicht wirklich juckt, aber ich dort sie muss, weil so alle sind dort, dann bin ich lieber daheim und mache irgendetwas, was mir Spass macht. Oder mache irgendetwas, was mir etwas bringt oder gehen wir Sport machen, irgendetwas, weißt du. Aber das muss auch erstmal Klick machen. Aber irgendwann macht es das. Genau. Und ich glaube einfach schon nochmal, dass man, wenn man realisiert, ich finde, das ist mega wirklich, die Leute haben immer das Gefühl, es muss alles so schnell gehen. Nein, es muss nicht schnell gehen. Es muss alles immer so zack, zack, zack. Und nochmal, wenn du dann mal weißt, was das Problem ist, dann musst du nicht gerade am nächsten Tag das Problem gelöst haben. Nein, nein, leider nicht. Ein Prozess, der langer gehen kann, der kürzer kann, der länger gehen kann. Je nachdem, ja. Aber es ist ein Prozess und du kommst an das Ziel irgendwann, weißt du was ich meine, aber einfach so nicht den Glauben an sich selber verlieren. Crazy. Gut, weil ich gerade davon hatte, dass ich etwas gelesen habe, ich habe noch eine Frage, die in den letzten beiden Podcasts, die ich aufgenommen habe, die sind ja noch draußen, jetzt gerade, die sind draußen, wenn das draußen ist, obviously kompliziert formuliert. Egal, hast du ein Lieblingsbuch? Oh. Ja, ganz etwas anderes. Ein Lieblingsbuch? Oder hast du mal ein Buch gelesen, wo du denkst, hey, das ist gut zum Lesen, lasst du das auch, oder irgend so etwas? Herr, ich sage dir ehrlich, ich lese schon gerne, aber ich lese viel zu wenig. Ja. Aber ich lese jetzt gerade ein Buch. Und schaue, das meine ich, ich weiss nicht mal den Titel des Buches. Okay. Aber es geht darum, dass verschiedene Philosophen, Wissenschaftler, einfach so wichtige Personen und so weiter und so fort, haben wie so Zukunftsideen gehabt, wie sie denken, wie sich die Menschheit wird entwickeln, was für Probleme auf die Menschheit werden zugekommen. Und das haben die halt vor 50, 60, 70, 80 Jahren geschrieben und es steht einfach legit so. Voll. Und das ist ein cool Buch. Ich weiss ehrlich, es steht echt nicht. Ja, mega. Vielleicht finden wir es. Mega blöd. Ja, also ich. Es ist nicht so schlimm. Aber look, ich lese echt nicht so viel. Ja, das kann man vorgenommen. Ich habe so voll viele Bier gekauft. Aber ich. Ich habe einen ganzen Stapel da oben und denke, ich muss ja eigentlich auch. Eben, ich habe einen Stapel, ich sage dir, ich habe einen Stapel, aber es ist gut, wenn es wieder kälter wird. Dann bist du mehr drin. Dann bin ich mega oft draussen, wenn es halt auch warm ist. Dann willst du noch rausgehen. Und dann möchte ich drei, vier Tage Sommer, wo man kann. Ja, eben. Die möchte ich so draussen verbringen und dann möchte ich wieder hin und lesen. Sehr fair. Aber das kommt, ich habe einen Stapel und der wird. Der wird irgendwann wieder gelesen. Der wird gelesen. Gut, weil du gerade so schön davon gesagt hast, was die Philosophen gesagt haben, was für Herausforderungen auf ihre Gesellschaft zukommen, leiten wir das selber zu unserer Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Und zwar der erste Frage, was denkst du, sind die größten Herausforderungen, die auf unsere Gesellschaft zukommen? Also zukommen wir halt, wo wir es haben. Zukommen. Doch. Also number one Klima. Okay. Fair. Go vegan. Also go vegan. Nein, also ich bin einfach so, ich habe angefangen, mich regale ernähren. Und am Anfang bin ich voll nicht konsequent gewesen und so und habe gefunden, nein, ich liebe Fleisch. Ja. Ich liebe Fleisch immer noch. Okay. Ich liebe Fleisch. Es ist einfach fein, das ist so. Ja. Aber ich sage einfach, dass aufgrund von unserem toxischen Kapitalismus, den wir von unserer ganzen Welt haben, Ja. wird das Problem nicht angesprochen. Ja. Es gibt eine coole Doku. Seaspiracy. Ja. Ähm, und Cowspiracy. Mhm. Mögen die Dokus. Mhm. Weil, ähm, das Hauptproblem von unserem Klimawandel ist Landwirtschaft, also ähm, tierische Landwirtschaft. Mhm. Weil, sagen wir einfach ein Beispiel, Ragenwald, 18% vom Ragenwald werden abgerodet, für die Sojaproduktion, für die kraftvolle Verwendung, für das Nutztier. Mhm. Und dann kommt immer, wenn ich sage, ich lebe vegan, ja, aber weisst du, du isst ja auch Sojaprodukt. Ja, ja, ich habe doch Karpfel vorher. Und du weisst ja, dass es abgeholzt wird. Und ich so, ja, was soll ich essen sonst? Sonne, Licht, was soll ich, weisst du so. Also, und dann komme ich mit den Fakten, dass auch bis 2048, wenn wir so weitermachen, werden wir kein Tier mehr in unserem Ozean haben. Leute checken nicht, dass die Algen, der Plankton, ich glaube, ich weiss jetzt keine genaue Zahl, aber über 50% vom Sauerstoff, also vom... Ja, ja, das stimmt. Weisst du, was ich meine? Und ich sage nicht, lebe strikt vegan, isse nie mehr Fleisch, isse, trinke nie mehr Milch, aber fange an zu checken, was das Problem ist. Mega. Plastikröhrle sind nicht unser Hauptproblem. Es ist ja toll, aber das sind nur 1,1% vom Plastik, die im März sind Plastikröhrle. Ja, das stimmt. Ja, fair, aber wenn jedes Restaurant, das Plastikröhrle austeistet, ist doch nur mehr einfach, ich gehe in ein Restaurant, wo ich so ein paar Spaghetti-Röhrle bekomme, ich frage, ob sie Mandelhaar von Riesmilch haben, nein, wir haben nur laktosefreie Milch. Ja, dann bringt das im Fall des Reales echt gar nichts. Ja, fair. Weisst du, das ist so Problem Nummer 1, weil wir sind legit bei Stufe Rot angelangt, wenn wir weiter so machen, haben wir irreversible Schaden, wo wir nicht mehr können Rückgang machen, die Menschen checken das einfach nicht, weil sie es nicht können checken, weil die Medien und einfach alles, also ganz ehrlich, schauen die Dokus, die sind wirklich gute Dokus und da wird einfach gezeigt, dass auf all den Organisationen, WWF, Greenpeace, die vier Hauptprobleme sind irgendwie halt Ölverbrennung, Regenwaldabholzung, aber es wird nicht gesagt, wieso das Zeug abgeholzt wird. Es wird nicht darum geredet, dass Fleischproduktion, auch mit dem ganzen Methan, das ist viermal schädlicher als CO2 und wenn man ansieht, sagen wir mal so, das ist so der ganze Verkehr, also Flugverkehr, Auto, alles. Und das hier ist die Landwirtschaft, also die Postgas, die in die Atmosphäre hier rausgelaufen werden. Und das sind einfach so Facts, wenn ich sage, das hat mir das Auge geöffnet. Ja, Facts. Und ich sage nicht, du kannst dir mal Fleisch gönnen, dann gönn dir mal Fleisch, aber iss nicht jeden Tag zum zum Morgenaufschnitt, zum Mittag ein Stück Fleisch oder Poulet, zum zu feiern irgendwie Salami-Brötchen, nochmal ein fettes Stück Fleisch, dann denke ich mir so, hey, mach das einfach nicht. Ja, ich hatte die Dokus auch wirklich letztens mit Kollegen über Seasbury-Sigarette-Causbury-Signal, ich habe es nicht gesehen, aber Seasbury-Sigarette-Causbury-Signal und wir hatten eben davon, weil ich kenne auch jemanden, der weggegangen ist und kein Fisch mehr isst. Ja, sehr. Und das ist fair, ich muss sagen, bei mir hat das voll nicht funktioniert, ich hatte dieses Dokus, ich habe richtig Bock auf Fisch, gar nachher. Es hat bei mir einfach nicht, ich weiß nicht, wieso es nicht funktioniert, weil es ist so, du siehst so viel Schlimmes, was passiert in der Fischproduktion und alles. Die werden Facts ins Gesicht droppen, wirst du? Alles, und ich bin nur mit dem Täter gehockt am Schluss so, damn, aber jetzt so ein Stück Lachs war. Pain, Alter. Aber es ist, und ich habe selber realisiert, dass es nicht gut ist, aber es ist wirklich eine gute Logo, die ich auch jedem empfehlen würde, zu schauen, weil ja, es ist gut und man lernt auch mehr darüber, was eigentlich für Probleme sind und auch, wie du gesagt hast, wie nicht auf gewisse Probleme eingegangen wird von Organisationen, weil sie unter anderem von anderen Organisationen finanziert werden, wo dann die Probleme eigentlich auslösen. Ja, die ganze Agrarlobby, das macht mir einfach weh, weil das sind einfach so Sachen, wir Menschen können so viel. Ja. Aber wir Menschen sind so gescheide Köpfe, es gibt so viele gescheide Köpfe, die irgendwelche Sachen erfinden, wo ich nicht mal dem Traum würde drauf kommen und gleichzeitig sind wir so dumm. Voll, ja, voll. Wir haben den Planeten, das ist ein andlicher Planeten, wir haben nicht unandlich viele Ressourcen und das Stimmste finde ich wirklich, wir haben die Fakten, die Fakten liegen legit vor, aber es wird einfach ignoriert, weil halt Geld weit regiert. Wow, sehr schön gesagt. Ignoriert, ja. Naja, aber wirklich, das finde ich glaube ich die größte Herausforderung, weil wir nicht checken, dass wir, wenn wir weitermachen, dann kommt es auf uns zurück. Ja, effektiv ist. Also ich meine so, wir checken einfach, wir checken nicht, dass, wenn wir unsere Welt kaputt machen, dann leben wir nicht mehr. Ja, mega. Weil das ist unsere Welt, auf der wir leben und wenn es die nicht mehr gibt, dann leben wir nicht mehr. Ja, fair, ja voll. Und dann hat der ganze Krieg, hey, auch hier Basel Appellationskirche, Lise-Lotte-Heinz. Hast du mich bekommen? Ähm, was, Entschuldigung? Es ist, ähm, es hat einen Fall gegeben, wo eine junge Frau, ähm, 2020. Ah, das mit dem, mit der Vergewaltigung. Genau. Ja, ja, das habe ich mitbekommen, ja, ich habe nur mehr auf dem Namen, hat mir den Klick gemacht. Ja, ja, das ist das, ja, das ist, äh, das ist, äh, das sind auch so Sachen, ja. Entschuldigung, und zu dem darf ich ganz kurz einhaken, wenn ihr irgendjemand kennt, wenn wir das Thema berichten, also so generell auch die Erneuerung vom, äh, ich bin momentan ein Gast am Suchen, ich weiss nicht, ob, vielleicht scheint das raus, wenn ich bis in Folge rausgekommen einen Gast gefunden habe, aber, falls, bitte melden. Es ist gewünscht worden von vielen Zuschauern, ähm, dass wir über das reden, auf jeden Fall, Entschuldigung. Ja, das ist ein hartes Thema von mir. Ja. Sag ich dir ehrlich, weil ich habe das weder glauben können, noch meine Wut in Wort fassen, was ich verspürt habe, auch, als ich den Gesetzesartikel gelesen habe, was es einfach geheißen hat, wenn die Frau sich provozierend verhält, dann kann das eine Strophmilderin mit sich tragen. Mhm. Also, ich kann gar nicht sagen, was ich genau denke, ich bin einfach hässig. Ja, voll, ja. Und der Fakt, dass wir in Basel, also, ich sage einfach ehrlich so, es gibt so viele Frauen, die so Sachen erleben, hä, wo gute Freunde, wo beste Freunde sich an einer besten Freundin sexuell vergönnen, also, hä, wo sie vergewaltigen, und in fact heisst es nachher vom Opfer einfach, nein, ich möchte nicht, dass er als Vergewaltiger durchstellt, weil sie auch wissen, weil unser Sexualstrophrecht so ist, dass es am Schluss heisst, ja, aber du hast ja bei ihm geschlafen, du bist ja zu ihm gegangen. Ja. Weisst du, was ich meine? Und das ist ein Thema, das ich auch mega heiken finde, weil das ist einfach so, es gibt so viele Frauen, es nimmt so viele Frauen den Mut, sich zu äußern, es entschuldigt und tut irgendwie so, ich habe mir ehrlich gedacht, also, wenn ich jetzt im Ausgang bin, ganz plakativ gesagt und rummache mit irgendeinem random Dude und ich nachher vergewaltig bin, bin ich aber auch selber schuld, oder? Also, und so eine Aussage zu machen im 2021, das macht mir weh. Ja. Das ist auch eine Herausforderung, die wir hinbekommen müssen, dass einfach, es fängt ja auch schon an, mein Catcalling, weisst du, was ich meine, das ist so ein breites Thema und ich rede oft mit meinen Kollegen darüber und die sind immer, ja, aber nicht alle Männer sind so und ich kann mir das aber nicht vorstellen und nimm es doch einfach als Kompliment an und ich denke mir so, hey, einfach, scht. Ja, wirklich, wirklich, ja, finde ich. Aber, scht, und das sind auch Sachen, wo man eben halt mit den Kindern kann anfangen, dass man denen Moralvorstellungen gibt, was auch noch ist, gerade nochmal ganz am Anfang zurück. Crazy, ja. Ähm, ich möchte halt auch, dass man dann sowieso sozial gefundenen Unterricht macht oder so, ein, zwei Lektionen in der Woche, wo man über so Themen, also so, sagen wir mal eben so, damn, ja. Gross gesagt, der ganze Feminismus anliegt, die Bewegung, die Emanzipation von der Frau, auch die LGBTQ-Community, ähm, rassistische Situationen, weil die Schweiz ist auch rassistisch, weißt du so, auch wenn du sagst, es ist nicht so, es ist so, ähm, generell Fremdefeindlichkeit, ähm, was auf der Welt generell einfach passiert, das kann man auch im Kindesalter auf spielerische Art und wie es den Kindern mitgeben. Ja, ja. Es kommt auf die Weltvorstellungen an, wo man denen mitgeben und in der Schule lernt man immer nur einen zweiten Weltkrieg, ersten Weltkrieg, wie alles immer ums Geld gegangen ist, wie alle immer gekriegt haben und so, was halt alle für eine Stellung gehabt haben und so ich dann sofort, Kolonialisierung und dann hat man automatisch im Kopf, dass halt alle Leute irgendwie mal in so einer Situation gewesen sind, aber wir leben ja eben jetzt. Ja. Und fair, es ist wichtig, dass du die Geschichte kennst, aber du musst ja schauen, was die Situation jetzt ist. Ja, du musst die Geschichte kennen, um es jetzt zu verstehen. Und dann heisst es immer, ja, aber das ist ja früher noch gewesen. Ja, das ist das Problem. Und dann hört es auf das Problem. Ja, genau, genau. Weil man sagt immer, ja, aber man hat das ja in Geschichte gelernt. Und Geschichte ist ja Vergangenheit und das gibt es ja nicht mehr. Und das ist ja das Problem. Ja, fair. Ich glaube, ja, aus Geschichte lernen, was nachher passiert. Das ist eigentlich fast, wenn ich schon Geschichte studiere, genau, weil du lernst aus den Zusammenhang lernst, was jetzt ist und was du jetzt anwändigst. Das finde ich... Ja, du musst eben den Zusammenhang sehen und dann nicht die Brücke schlagen zwischen denn und jetzt. Und jetzt und was du jetzt, wie das Problem von damals sich auf immer noch Auswirkungen hattest. Gut. Ja, voll. Das wäre also das. Also ich meine, es gibt noch so viele Sachen, aber... Wann jetzt, dass du nur noch am Ranten bist, eben, wir können vielleicht... Ja, nein, weil das macht man auch truig, das sage ich dir ehrlich. Das ist gut scharf für Gemüsezustand. Das glaube ich. Wenn man anfährt, sich mit unserer Welt wirklich auseinandersetzen, dann muss man ein recht grosses Schutzschild aufbauen. Ja, das stimmt. Ja, es gibt auch wie Klimaaktivisten irgendwie so ein Phänomen, vor allem, ich gehört, das nicht ganz genau, eben, dass das Thema, also ich weiss noch, ob es Depressionen sind, aber es stimmt nicht von der Leiden, weil du dich nur mehr dafür befasstst, unsere Welt geht unter, unsere Welt geht unter. Und dann, ob es, ich meine, das hat einen Schlag auf dich, wenn du... Aber unsere Welt geht unter. Ja, eben. Weisst du doch. Ich meine, nicht im Sinne von, dass es nicht stimmt, aber im Sinne von, wenn du immer dich nur mehr vor, dass es krank ist, dass dich als Person anbezieht, nur weil du dich dann beschäftigst, was passieren sollte. Und wir bogen zur psychischen Gesundheit zu machen. Gut. Jetzt, die nächste Frage, die wir alle an unsere Gäste stellen, was ist ein Ereignis aus deinem Leben, von dem du gelernt hast? Oh. Von dem, wenn du denkst, wenn jetzt andere davon hören, dass sie auch davon lernen könnten. Oh. Nein, was ich mit meinen Freunden am Sitzen gesehen habe, draußen, auf so Steine, gerade an den Bierze. Und wir hatten eine richtig gute Zeit gehabt. Und dann habe ich meine Freunde angeschaut. Und dann hat es irgendwie so gekittet. Und ich so, oh, ich lebe gerade im Moment. Und das ist das, was mir so die Augen geöffnet hat und seitdem ich ein glücklicheres und stressfreies Leben habe. Und zwar, du lebst immer im Moment. Also wenn du jetzt anlügst, zum Beispiel, jetzt ist jetzt. Aber das jetzt, was ich vorher jetzt genannt habe, ist schon nicht mehr jetzt. Das ist schon Vergangenheit. Und Menschen stressen immer so mit Vergangenem. Also Menschen haben immer so, die tränken immer alles, sag mal, in der Vergangenheit ist schwarz. Kann sein. Und wenn du dann immer die jetzigen Momente mit dieser Farbe tränkst, dann ist alles immer schwarz. Oder du hast Angst vor der Zukunft und dann lebst du auch in dem Jetzt. Also du bist immer so, entweder so dort oder dort, aber nie da. Ja, voll. Und das hat mir so mega so gezeigt, so hey, du musst den Moment appreciaten. Wenn es dir im Moment schlecht geht, geht es dir im Moment schlecht. Aber wenn es dir im Moment gut geht, dann lass es dir einfach gut gehen. Also, weil es gibt Momente, wo es dir schlecht geht, es gibt Momente, wo es dir cool geht, es gibt Momente, wo du machst du allein sein, wo du machst du in der Gemeinschaft sein und so weiter und so fort. Aber wenn du glücklich bist, dann denk nicht an gestern oder morgen, sondern denk einfach an jetzt. Denk eigentlich gar nicht. Nimm einfach auf, was du gerade so hast. Wie jetzt zum Beispiel. Ich finde es voll cool, dass wir so eine Podcast machen können und dann bist du jetzt im Moment. Und wenn ich jetzt nicht da wäre, dann wäre ich jetzt, ich muss nachher noch das und das machen. Ja, voll. Gestern hätte ich das und das sollen machen. Und was bringt mir das? Ja, voll. Weil die Zukunft ist immer mal jetzt und die Vergangenheit ist auch mal jetzt gewesen. Ja. Boah. Das ist so meine Erkenntnis, die ich gehabt habe. Crazy. Also, ja. Gut. Ja, voll. Ja, das hat mir geholfen. Finde ich eine gute Erkenntnis. Haben wir, glaube ich, auch so noch nicht gehabt. Toll. Super. Dann, nächste Frage. Was willst du noch gerne lernen? Das darf so allgemein oder so spezifisch, wie du willst sein. Ja, die ganze Lehre von der Psychologie. Voll. Obvious. Voll. Ich würde gerne Russisch lernen und Italienisch. Wieso Russisch? Ich finde es auch cool. Einfach, wenn es cool ist. So darniert. Okay. Fingst du so ein bisschen so. Ja, ja, ja. Voll? Von der Abo. Einfach so ein bisschen so der Vibe, weisst du? Italienisch, weil Italien mega toll ist und Italienisch auch wunderschön ist. Sehr fair, sehr fair. Ähm. Was will ich noch lernen? Ich will Handstand lernen. Aber das kann ich auch nicht. Das ist ja cool. Ich fahre es nicht. Ich will es lernen. Ähm. Ja, voll. Ja. Voll. Das sind so Sachen, die ich gerne lernen würde. Vier Ziele für die Leben. Gell? Ich habe noch ein paar Sachen. Das ist gerne, wenn ich sage, wie du willst. Hey, nein, ich gebe es erst gerade. Okay, wenn es gut ist, dann ist es gut. Weil sonst ist es eigentlich. Perfekt. Dann unsere abschliessende Frage. Wie würdest du als Mensch gerne anderen in Erinnerung bleiben, wenn es dich wohl nicht mehr geht? Oh, sehr schön. Dankeschön. Also, ich will, was ich möchte. Oh. Ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch mich einfach, so ob ich es auch individuell in Erinnerung abhalte, so dass wir an einen Moment zurücklegen können, wo die Person mit mir gehabt hat, wo ich ihr auch helfen kann, wo man manchmal lachen kann, wo man manchmal brille, wo man einfach füreinander da sein kann und dass ich nicht irgendwie ein Mensch bin. Also, dass ich generell, wenn ich stehe, was mit allen Menschen gut ist, ich möchte nicht irgendwie sagen, boah, ich hasse die Person, weil ich sage, spuck auf deren Existenz. Weißt du, das möchte ich nicht. Ich möchte so kleben reine sein mit allen Leuten und einfach eben, dass wenn sie auf mich zurücklügen, dass sie halt den Menschen sehen, den ich in mir selber gesehen habe und der Mensch, den ich gerne möchte sein. Und wenn du ein Bild von dir hast, das du blöd gesagt hast, du verfolgest und wo du auch sagst, hey, okay, das ist ein Ziel, das ich habe, wie das, was ich gesagt habe, mein Lebensziel. Und wenn ich das auch nicht bekomme, dann weiss ich, ich werde ganz viele Menschen helfen damit. Und so, wenn ich das auch nicht bekomme, dann wäre ich einfach stolz. Und eben, dass Menschen mich so in Erinnerung halten, wie sie auch wollen, sag ich ehrlich. Weißt du, weil es gibt auch Menschen, die mögen mich nicht. Das tut jetzt mega arg an. Ich glaube, das ist ja so. Aber dann ist es so. Ja. Also weißt du, nicht jeder Mensch vibelt mit dem gleichen Menschen und solange deine Handlungen andere Menschen nicht negativ beeinflussen, finde ich, kannst du so leben. Voll. Schön. Gibt es, siehst du noch etwas, was du meiner Zuschauerschaft auf den Weg gehst? Oder zuhörerschaft? Ich weiss nicht ganz genau, was du im richtigen Begriff bist, aber. Meine Community. Meine Community. Hey, einfach so, klingt so ein bisschen, eben so, ihr nach selber hineingeht, reflektiert euer Verhalten. Und vor allem, wenn ihr irgendwie niedisch seid oder hässig auf eine Person, hat das meistens etwas mit dir selber zu tun. Das ist wahr. Das habe ich müssen lernen. Ich war auch so jemand, aber ich habe dann gelernt, okay, du musst bei dir selber auf den Haaren schauen. Weil Menschen spiegeln eigentlich so ein bisschen deine eigene Unsicherheit oder deine eigenen Probleme. Crazy, ja. Dass man in den Fall nicht immer gerade sagt, ja, das ist eine arrogante, komische, gemeine, sondern so, vielleicht muss ich schauen, wieso ich nicht mehr. Klar, es geht auch gemeinsam auf der Welt, aber einfach so grundsätzlich. Keine Ahnung, aber einfach den Moment appreciaten, so im Moment leben und nicht immer über gestern und morgen nachdenken, so kleben, Fleischkonsum und so reduzieren, wäre sicher eine gute Idee. Ich würde nicht komplett wiegen gehen, das finde ich auch, das ist anstrengend und tue, aber einfach so ein bisschen Ruhe geben und ein bisschen mit Respekt auch Umruhe mit dem Thema. Sehr gut. Eben einfach netzig. Solange dein Verhalten eben keinen negativen Einfluss hat auf andere. Gut, aber es hat auch keinen negativen Einfluss auf dich. Ja, fair. Und einfach Leute leben und. So, jeder macht, was er will, wenn jeder Schuhe dazu will, was er macht. Sehr gut gesagt, finde ich sehr gut gesagt. Perfekt, dann danke dir vielmals für die Zeit. Sehr gerne. Danke vielmals fürs Zuhören und Zuhören. Ja, und bis zum nächsten Mal. Verantwortlich für die Erfolg Ernst Field. Musik Noa Stritt. 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 Musik Noa Stritt.